Wie kann der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in intensiven Bio-Obstanlagen weiter reduziert werden? Ein Lösungsansatz sind Abdecksysteme, welche die Bäume gegen Regen und Schädlinge schützen. Im Rahmen des Core Organic Projekts Domino haben wir ein Regendach kombiniert mit einem seitlichen Insektenschutznetz getestet. Als Vergleich diente ein praxisübliches Bio-Verfahren und eine Kontrolle ohne Pflanzenschutz. Der Versuch wurde in einer biologisch bewirtschafteten Apfelanlage des Fibel, Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick, bei den Sorten Topaz und Arriva durchgeführt. Durch die Regenabdeckung soll das Auftreten von Pilzkrankheiten am Baum sowie von Nacherntekrankheiten an den Früchten im Lager reduziert werden. Ab Vollblüte wurde das Netz geschlossen und es wurden keine Pflanzenschutzbehandlungen mehr gemacht. Bei beiden Sorten Topaz und Arriva wurden die Schorfinfektionen beim Abdeckverfahren im Vergleich zum Bio-Standardverfahren und zur unbehandelten Kontrolle reduziert. Allerdings war der Befall mit echtem Mehltau und Blutläusen unter der Abdeckung höher. Blattlausbefall unter der Abdeckung kann vermieden werden, indem vor der Schließung des Netzes bei Bedarf dank Blattlausbehandlungen der Schädlingsdruck heruntergebracht wird. Der Anteil marktfähiger Früchte war unter der Abdeckung am höchsten, dicht gefolgt von dem Bio-Standardverfahren und am niedrigsten bei der Kontrolle ohne Pflanzenschutz. Unter der Abdeckung gab es im Vergleich zum Bio-Standardverfahren und zum Kontrollverfahren. Weniger lehnt die Zellenfäule und Regenflecken an den Früchten. Fruchtschorf wurde unter der Abdeckung nicht gefunden, bei der Kontrolle hingegen schon. Die Abdeckung konnte ebenfalls Insektenfraßschäden an den Früchten deutlich reduzieren. Allerdings war die Anzahl der unterentwickelten Früchte und der deformierten Früchte unter der Abdeckung höher. Bei der Fruchtgröße, der Festigkeit und dem Zuckergehalt wurden keine signifikanten Unterschiede gefunden. Der Anteil Deckfarbe der Früchte hingegen war tendenziell kleiner. Der Anteil an Früchten mit Lagerkrankheiten wie Lentizellenfäule, Monilia, Graufäule und Kernhausfäule war bei Früchten des Abdeckverfahrens kleiner als bei Früchten des Bio-Standardverfahrens und des Kontrollverfahrens. Für weitere Informationen zum Core Organic-Projekt Domino besuchen Sie die Webseite www.domino-coreorganic.eu